Ich habe diese Ausbildung geredet, weil sie sehr abwechslungsreich sein wird. Ich habe ehrlich gesagt vorher viel mit meinen Eltern darüber gesprochen, was ich für eine Ausbildung machen soll, weil ich mir halt auch sehr unsicher war. Und man hat halt viel mit Menschen zu tun, was mir halt auch sehr gefällt. Und später kann man halt in jedem Unternehmen arbeiten, weil viele Unternehmen halt einen Personalbereich haben. Und ich denke auch, dass man sich später gut weiterbilden kann. Also, dass es viele gute Weiterbildungsmöglichkeiten gibt. Und ich denke auch generell, dass man nichts mit dieser Ausbildung falsch machen kann. Mein Name ist Cordelia Slingerland. Ich bin Niederlassungsleiter von der Firma Expertheim in der Beruf. Für den Beruf sollte man mitbringen. Neugier und Organisationstalent und alle fachlichen Eigenschaften, die man braucht, lernt man definitiv während der Berufsausbildung zur Personaldienstleistungskauf. Kommunikation ist besonders wichtig in unserem Beruf, weil wir viel organisieren müssen, auch wenn wir mit vielen verschiedenen Medien zu tun haben. Sämtliche Daten müssen dokumentiert und verarbeitet werden und müssen immer transparent für alle Kollegen gleichzeitig zur Verfügung gestellt werden. Also, die Kompetenzen, die man in dieser Ausbildung benötigt, denke ich, ist hauptsächlich die Hochschulreife, also das Abitur, gute Menschenkenntnisse, natürlich sollte man auch gut in Deutsch sein und offen für alles und kommunikationsfähig. In diesem Beruf spielt Kommunikation eine sehr große Rolle, weil ich ständig, man ist ja ständig in Gesprächen mit den Kunden, mit den Bewerbern, also es geht ja eigentlich auch hauptsächlich in dem Beruf darum. Ja, ich liebe meine Arbeit und würde am liebsten nie wieder irgendwas anderes tun. Ja, ich liebe meine Arbeit und würde am liebsten, determinen, was ich meine Arbeit und würde am liebsten. Nein, ich liebe meine Infobox zu machen. Ja, ich liebe meine Arbeit und bei mir, Ich liebe es im瘋, viel experimentation und viel experimentation haben. Ja, ich mache es nicht. Ja, ich liebe mich. Hallo, ich liebe Ihnen. weil es nicht nur ein wenig ist. Du bist. Du bist.